Okay, 3, 2, 1, give him, Ali, du es. Guten Abend, ah nein, warte, ich bin jetzt viel zu aufgeregt. Warte, lass mich überlegen und danach sag, er ist los. Boah, okay, ne, ich so spontan bin ich dann doch leider nicht, tut mir leid. Warte, sag gleich wieder, wenn du aufnimmst, dann mach ich an, Mot. Okay, dann mach ich jetzt die Aufnahme halt wieder zu, ja, okay, alles klar, dann ist jetzt wieder vorbei, okay, warte. Warte, ähm, boah, nein, ich brauche eure, ich brauche eure motivierenden Ansprachen und essentiellen Wortbausätze, äh, okay, warte, ähm, warte, warte, nein, warte, nein, gib mir doch mal kurz Zeit, ja, okay, ja, ja, Aufnahme ist ja noch nicht gestartet, Ali, da hatten wir noch mal viel zu nervös gerade, du setzt mich gerade voll unter Druck. Ja, alles gut, okay, jetzt kannst du die Aufnahme starten, ich bin bereit. Okay, drei, zwei, eins, ja, go. Guten Abend, alle zusammen, ähm, wir sind wieder back. Okay, so musste ich die Welt gefühlt haben, als Windows Vista kam, keiner braucht's und es funktioniert auch nicht, also, seht ihr da. Geil, Ali. Hat sich gelohnt, oder? Perfekt, aber. Das war so, das war eine tolle Anmoderation, ich bin sehr stolz auf dich, Ali, es ist, das war einfach schön. Das war so, genau so, ich bin vorhin so einfach so, so, like, gestern habe ich dieses Testvideo hochgeladen und dachte mir, schau mal die alten Videos einfach nochmal durch. Dann habe ich natürlich bemerkt, dass mein Internet viel zu schwach ist, um beides gleichzeitig zu tun, so, äh, habe ich es heute getan und, ja, ähm, es war nicht so toll, es ist alles cringe, alles, ganz, ganz, ganz furchtbar. Das macht uns doch aus. Das macht uns doch aus. Ja, ja. Okay, also. Nimm mal die Anladung an. Spiel mir mal ein Konter darüber hinweg und, äh, ich nehme deine Einladung erstmal an. So, du möchtest üben? Eine Übungsrunde und dann, ähm, gehen wir auf in irgendeinem Zahn. Oh, es gibt eine neue, äh, neue Enthauptung. Von wem? Für alle? Das dauert ja ewig, ey. Von beiden oder von allen, oder was? Das sieht am Ende total scheiße aus. Ich glaube, von allen, ich bin mir nicht sicher, wie die sich da vorne beugt. Oder der. Man kann es ja auch als der spielen. Oh, ich muss aufpassen, wir sind in 2019. Ei, ei, ei. Ei, schwieriges Terror, schwieriges Terror. Nehmen wir jemanden, der nur ein Kerl sein kann. Ähm, man kann ja nicht einfach mal ganz normal ein Zwei-gegen-Zwei-Spiel starten. Man muss ja alle Optionen einzeln selber hier quasi benutzen. Ey, ey. Okay, das war jetzt tatsächlich ein bisschen schwachsinnig, wenn wir zu zweit sind und ich mache ein Zwei-gegen-Zwei-Spiel. Okay, ich gebe es zu, das war ein bisschen so. Ich hätte ein Eins-gegen-Eins-Spiel machen können. Egal. Ein Eins-gegen-Eins. Ja, das ist ein Zwei-gegen-Zwei. Egal. Geh du einfach mal raus. Okay, können wir das denn jetzt starten? Ich hoffe es immer. Warum habe ich diese Farbe? Ich muss diese Farbe ändern. Hast du einen Effekt bei deinem Charakter, André? Nein, warum sollte ich denn so etwas Schwules nehmen? Ich habe mir einen Effekt geholt, mir letztens. Die Sache ist aber, das sieht gar nicht mal so aus wie in der Vorschau. Weder in den Exekutionen noch irgendwo anders bekomme ich den Effekt. Nur wenn ich stehe. Das ist irgendwie total toll. Ja, man kann Effekte für alles kaufen. Man muss einen Effekt für Exekutionen, einen Effekt für Stand-by und einen Effekt für alles andere holen. Wie? Ja. Nein, das ist doch übergreifend für alles oder nicht? Nein. Was? Ist das dein Ernst? Das kann doch niemals sein. Ich habe immer keinen Scheiß. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich dachte ja. Nein, das wäre voll der Schwachsinn, wenn man für alles nochmal denselben Effekt kaufen muss. Tja. Monetarisierung. Komm mal her. Also ich muss jetzt das Ausweichen nochmal lernen und das Parieren. Greif mich mal irgendwo an. Okay. Ach, geil. Das war gut. Das war schon mal gut. Okay, nochmal. Bei mir hat Fortnite... Benimm dich mal nicht so wie so ein Bot. Benimm dich mal wie ein Mensch. Okay. Aber jetzt ohne Deckungsdurchbruch. Oh, sorry. Uff. Okay. Bei mir hat Fortnite... Fortnite... hat immer total seltsame Sound-Aussetzer. Zum Beispiel bekomme ich gerade keine einzige Rüstungsgeräusche. Wow, nice. Das Lustige ist, du konterst gar nicht in die Richtungen, die man erwarten würde. Ich weiß selber gerade noch nicht so ganz, was ich mache. Ich spiele gerade nur auf Reflex. Das ist schon hässlich, ey. Diese Antäuschungssachen. Die kriegt man mit Orochi nicht hin. Das ist schon echt krass. Da hässst du dich jetzt. Okay, jetzt... Jetzt mach mal ganz normal. Also greif du weiterhin an. Ich versuch's diesmal, statt zu parieren, einfach auszuweichen. Okay. Ich muss mich jetzt hinkriegen. Weißt du, welch ich meine? Hunde. Ich weiß es nicht. Was mich noch irritiert. Hi, Yannick. Harry, that's too fucking casual. So ein richtiger André, Alter. Oh, nice, nice, nice. In dem Dingensmenü... Also, ohne Deckungsdruck erstmal. In dem Charakterauswahlmenü gibt's ein Geräusch, das hört sich an, als hätte jemand sein Mikro in der Nase. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast. Schau dir das mal nachher an, wenn wir nochmal im Charaktermenü sind. So, jetzt aber. Konzentrier' ich mich erstmal. Sehr gut. Nice. Sehr schön. Kannst du mal von oben schlagen noch? Okay, das was? Was war das denn für ein Schlag? Ein ganz normaler Obenschlag. Wie hässlich. Was für eine hässliche Exekution. Was hast du die denn? Das ist aber richtig erniedrigend. Ich hab mich jetzt voll auf den Schlag vorbereitet. Und dann kommt der einfach nicht. So, mach mal jetzt. Ähm, von oben und von mir aus auch, wo ich diese kurzen schläge. Okay. Ja. Ja, nochmal. Von oben. Nein, die kurzen, die kurzen. Warte ganz ruhig. Nochmal. Ah, okay, warte. Warte, nochmal. Okay, warte. Nochmal. Ah, okay. So langsam bekomme ich das, glaube ich, mit dem Timing. Nochmal. Ach, nice. Okay. Sehr gut. Also, habt ihr schon mal trainiert? Ja, wir trainieren gerade so. Sorry, ich kriege mich dazu. Sehr gut. Aber ich glaube, du darfst es nicht zu... Lade es nochmal lange auf. Warte, nochmal. Oh, man kann das aufladen. Das wusste ich gar nicht. Aber mit den Aufladen ist gefährlich. Lass mich mal komplett aufladen. Ich fange nicht mal, wie lange das geht. Ja, aber dann triffst du nicht mehr. Ich bin jetzt gerade sofort ausgeworfen. Ja, ja, klar. Aber ich möchte nur gucken, wie viel das zieht. Ich wusste nicht, dass man das aufladen kann. Oh, nice. Aber guck mal, mein Schlag hat auch noch getroffen. Krass. Aber das zieht gar nicht mehr so viel wie früher. Früher hat das die Hälfte des Balkens weggezogen. Oh, ich liebe diesen Spruch. Diesen Spruch? Oder was soll man denn da sagen? Ich bin nicht weggezogen. Zack, zack. Ja, nice. Okay. So, jetzt nächste Runde richtig. Im schlichten Fall kämpfe ich einfach wie ein Orochi. Oh nein. So, wir sind gleich fertig und dann kannst du reinjoin. Wolltest du noch etwas trainieren, Ali? Nee. Ah, Mist. Das ist immer der falsche Charakter, mit dem ich das machen möchte. Hä? Okay. Boah, falsche Richtung ausgewichtigt. Ah, Mist. Bei dem kann ich das ja immer noch nicht so leicht lesen. Ich hasse den Deckungsdurchbrecher. Ich krieg den immer noch nicht. Ja, ich hasse den auch. Ich hasse ihn bis zur Unendlichkeit. Ich hasse ihn, Mayanek. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ando, du bist dein Partner. Du stehst so auf Center. Ja, wirklich. Das ist aber seltsam. Was nehme ich denn jetzt? Ich kann nur zwei. Weißt du, was wir noch machen müssen? Wir müssen mal einen Charakter, also alle einen gleichen Charakter mainen, damit wir mal richtig auf Skill proben können. Ja, und dann kommen wir in ein Spiel rein und haben dreimal denselben Charakter mit denselben Stärken und denselben Schwächen. Nein, ich meine, jetzt nur generell für die Trainingseinheiten. Wir machen wieder Asi-Dingspumpen und dann steht da so ein Ritter. So, nee, ist gut so. Ich mag das, wenn andere den spielt, weil den hat er richtig drauf. Ja, andere ist richtig krass mit dem. Auch wenn du aussiehst wie so eine komische Schabe mit deinem Panzer. Schabe. Ja, guck dir das mal an, dieses Muster. Ich finde, das sieht so aus wie so eine Schabe. Also hier in einem chinesischen oder was auch immer. Was, Schabe, Junge? Ich geb ne Schabe. Hallo, was gibt's? Komm, ein ehrenloser Kampf ja nicht gegen dich. Komm, André. Einen ehrenloser? Okay, ein ehrenloser, aber richtig schön von hinten. Oh, nice. Du Nutte. André, helf mir doch mal. Der macht da einfach gar nichts. Richtiger Spaten. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Nice. André, Mann, du hättest richtig draufbrechen müssen. Ja, das war jetzt nicht, das war nur halb ehrenlos, Janik. Das zählt nicht. André wird jetzt eh sterben. So wie es aussieht. Man kann davon ausgehen. Oh, nice. Lebe mich mal wieder. Ich dachte, wir spielen ehrenlos. Oh, Mist, ich konnte sie mit meinen Kontern. Sehr geil, Janik. Sehr geil. Okay, jetzt, jetzt. André hat's mit dem ehrenloser nicht drauf. Nee, nee. Ich kann das nicht. Der André ist eher... Was, die spielen ehrenlos? Okay, dann bring ich mich mal um. Ja, Mann. Runde zwei. Genau, Mann, das muss man unterstützen. So, ja, ja, komm. So, jetzt Janik. Go. Okay, bereit? Ja, klar. Ja, okay. Alter, der ist aber so langsam. Okay, er ist schneller. Okay, what? Jung. Okay, wow. Janik ist richtig hässlich mit diesem ganzen Ausweichmove. Und die ganze Zeit... Sehr gut. Was? Genau, da musst du reden, Adi. Da musst du reden. Du musst spielen? Okay. Guck mal, da kommt der Janik in die Petrouille. Zack, packt er seinen hässlichen... Jungel-Zurchsprecher ausrufen. Jung. Adi. Nein. Boah, nice. Oh, mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, nein. Nice. Geil. Okay, das war gut. Das war gut. Boah, der zieht einfach so viel. Er ist der Hammer. Gar nicht wahr, Alter. Ich musste ganze Zeit hier antäuschen, Mann. Das war verdammt geil. Ich habe, vor allem, ich habe meinen Typen, ich habe den komplett im Trainingsmodus durchgespielt. Und dann habe ich gegen einmal und dachte ich, so ein Online-Match geht. Dann kriege ich den gleichen wie meinen Typen rein, nur halt Ruhmstufe 80 mit dem. Und der hat mich halt komplett lang gezogen. Aber da habe ich mir so ein paar Tricks abgeguckt. Ja, war mal wieder klar. Janik hat mal wieder fett gelernt hier, ey. Richtig geübt hat er. Oh, hässlich, ey, richtig. Ah, okay, wieso hat das alles gezogen? Weil ich krass bin. Guck mal, was der hier für Moves auspackt, ey. Junge. Und dann kommt es noch dazu, dass er die ganze Zeit diese blauen Moves macht. Blau? Oh, was? Und dann hat er auch noch so eine schnelle Regeneration, ey. Alter, und der macht Side-Steps nach vorne. Von was für blauen Moves bist du am Reden, André? Ähm, der macht so quasi Moves, die immer durchdringen, immer. Die kannst du nicht blocken, die kannst du, also die kannst du blocken. Äh, die kannst du zwar blocken, aber, äh, ich sag jetzt mal, wenn du sie, wenn du sie angreifst, mit einer, mit einem Angriff. Dann wird das nicht auch abgebrochen, sondern das geht einfach weiter. So, Janik, ich spiele mal richtig. Wie du wichst, Alter, komm. Ich bin ja auch dran. Hallo, was ist mit euch? Ich bin mit, ich bin dran, Adi. Komm, gleichzeitig, Mann, André, ehrenlos. Jawohl. Komm mal her. Schlag mal drauf, André, Mann. Hör mal auf, da rumzutanzen. Mach doch deinen komischen Richter-Schlag. Ja, Mann. Nice. Jawohl. So muss das sein. So, jetzt haben wir den auch mal hier. Oh, nein. Ja, hier. Ich weiß, wenn man nicht weiß, wer jetzt ankommen, dann kommen wir vorbei. Aber mit dem, das lustigerweise, das ist einer der Typen, mit dem man das eigentlich aushalten kann, weil der ziemlich geil ist für Multikristen. Ja, dann, Adi, Janik hier, dann zeig mal. Nein, Janik, du musst jetzt lernen, wenn man mit zwei Personen klarkommt. Genau. Das ist so eine hässliche Exekution, André. Guck mal an, du hast das so komische Ampatsch. Geil. Hier. Locken-Klatsch. Genau, Janik ist mittlerweile so gut, der muss jetzt einfach mal lernen, wenn man mit zweit zurechtkommt. Ja, Mann. Komm her, du. Komm, Janik. Jetzt kommt dieses hässliche Gegenwand. Was soll das, ne? Nein, Mann. Wow. Wow, André, weg da. Scheiße. Fuck. Fuck. Weg hier. Scheiße. Ey, krasser Typ. Oh, was? Boah. Gib ihm André. Was? Ja, Mann. Geiler Ausgabe. Oh, fuck. Ja, Mann. Nice, 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 nice. Ja, genau. Ali will die Flucht antreten. Du wird einfach massakriert. Bester Mann. Ich spiel jetzt wieder taktisch. Ah, geile Taktik, Ali. Ja, Ali. Flawless. Mach mal diese unblockbaren Angriffe. Ich muss das parieren lernen, ey. Geil. Hat nicht klappt. Hallo, lass das mal. Was ist eher los? André pariert halt wie so ein Auto, Alter. Siehst du? Und diesen Angriff geht halt immer noch durch, Ali. What? Kannst du das changen? Alter, ich komme auf sein Timing nicht klar. Ach, mit Blau meinst du diese Antäusch-Angriffe? Ja, genau. Nee, nee. Er kann, wenn der Charakter kurz blau aufleuchtet, dann heißt das für dich quasi, okay, dieser Angriff muss geblockt werden. Ansonsten kommt er durch. Ich kann es nicht mit einem Angriff durchbrechen. Okay, warte, jetzt kriege ich dich hin, Janik. Komm her. Willst du zuerst, Ali? Oder, mach du. Er kommt wieder von mich. André, mach du. Du kriegst ein besser geschwächt, dann stehe ich nicht so schlecht da. Okay, alles klar. Hä, dass das nicht geht? Autolute. Oh, du bist so eine. So eine kleine. Ach ja, okay. Nee, lass mal schön sein, du. Ich krieg halt nicht raus, er hat einen langen Angriff und einen, der schnell geht. Aber ich kenne diesen Charakter von Janik als Frau noch gar nicht. Was? Oh, der hat dich geblockt. Guck mal, ich, guck mal, zum Beispiel, Kenzel hat Herbstblätter als Effekt, aber die kommen hier auch nicht. Obwohl die alle in der Vorschau gezeigt wurden. Ich check das nicht. Hast du das auch aktiviert? Ich glaube schon. Muss man das nochmal im Speziellen aktivieren, oder wie? Ja, du musst gucken. Also nur weil du die hast, heißt das ja nicht, dass der dich ausgewählt hat. Warte mal, ich schau mal gleich. Ich spiele mal ernst. Also ernsthaft und ehrlich, hey? Ja. Der Gegner ist ja immer super ehrlich, der andere. Und gegen mich, dann wird hier mit seinen Tricks ausgepackt, Alter. Einmal muss, dachte der sich. So, wir wollen mal einfach aufhören, dich über sämtliche Skilllevel von uns hinwegzusetzen und die ganze Zeit üben. Hallo, du hast eine höhere Umstufe. Wie viele Mains hast du mittlerweile? Sieben? Hey, vier. Eine Milliarde. Afrika-Frauen hier und selbst viele andere. Ich habe keinen Perfekt von hier. Afrika-Frauen. Mach mal mal. Stimmt, warum ist das? Hä?